Ich singe gerade ein Lied. Das Lied ist über unseren König und unseren Schöpfer. Und das heißt auf Persisch ist Schöhen-Geran und auf Deutsch ist unser Gott und unser König. Ich sage, ich singe das auf Persisch und ich hoffe, dass es gut ist. Ich sage, ich singe das auf Persisch. Ich sage, ich singe das auf Persisch. Ich sage, ich singe das auf Persisch. Amen. Amen.